Guten Abend. Auch heute schien die Sonne zum Teil wieder strahlend. Die Nebelfelder hier in Schleswig-Holstein lösten sich bis zum späten Nachmittag auf. Auch in Süddeutschland wurden die Wolken immer dünner. Nur in Baden-Württemberg blieben sie noch etwas dichter. Und die beschäftigen uns dort auch noch in der Nacht. Sonst ist es meist klar und in Norddeutschland bildet sich neuer Nebel und Hochnebel. Und es wird wieder kalt. Auf den ostrisischen Inseln sinken die Temperaturen auf plus ein Grad. Bis minus 9 Grad geht es runter hier im Thüringer Wald, auch im Oberpfälzer Wald oder im Erzgebirge. Morgen liegen die Höchsttemperaturen am Alpenrand. Am Main und Rhein und Westig davon bei 10 bis 14 Grad. Das ist fast schon frühlingsmild. Meist aber sind es nur 6 bis 9 Grad. Und hier an der Ostsee bleibt es zum Teil 3 bis 5 Grad kalt. Das passiert genau dann, wenn sich Nebel und Hochnebel dort nicht auflösen, den ganzen Tag über nicht. Das könnte zum Beispiel in der Lübecker Bucht passieren. Sonst aber setzt sich doch meist und zwar strahlend die Sonne durch und scheint wirklich von morgens bis abends von Ostfriesland bis zum Alpenrand ungestört. So ähnlich geht es dann auch in den nächsten Tagen weiter. Dabei ist es im Osten immer kälter als im Westen. Guten Abend. Teufels 5 6 7 Vielen Dank.